Musik Musik Ich werde angerufen. Wieso geht das denn nicht? Nie funktioniert das. Ich hasse das. Toll, verpasst. Scheiß Handschuhe. Frau, sag mal frierst du mich? Doch ein wenig. Du siehst auch total dünn aus. Deswegen hab ich nämlich... Bin ich so dick angezogen aus der Hand. Ja, aber... Und das ist dann das Problem dabei, ne? Dafür spiel ich nicht. Oh, muss ich dir gehen? Dann geh doch. Nein, aber ich muss doch noch zur Reitstunde. Mann, aber ich muss nur aufs Klo. Dann geh doch endlich. Oh, das ist doch so kalt. Immer noch aufs Klo. Du warst immer noch nicht. Dann geh doch. Nein. Ich meine, der ist ja jetzt auch gekostet, aber es ist so kalt. Irgendwann musst du aber einen sauren Apfel beißen. Oh, das ist so kalt. Oh, das ist so kalt. Oh, ich muss mir wehen. Oh, ich muss mir wehen. Oh, okay. Oh, das ist so kalt. Das ist so kalt. Oh, okay, das ist so kalt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt drücken sich doch alle schon ab. Jetzt können wir jetzt eine Füße schön sauber rum. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Oh, es ist schon so kalt. Toll. Mist. Ich wollte so gerne die Füße absprischen, damit die schön sauber sind, ja, Kallus. Das muss jetzt warten, das ist ein Spalt, können wir auch nicht mehr waschen. Naja, im Frühling dann wieder. Boah, ich war so lange nicht mehr gesprungen, ich freu mich richtig, jetzt Brünnig aufzustellen. Meinst du, das klappt? Ich hoffe schon. Ich hoffe, ich bin lieber zu sein, aber zu sein. Ja, ja, gerne. Oh, okay. Das wird schwierig. So, das ist immer so scheiße mit dem Helm und der Mütze. Das geht einfach nicht, aber ohne Mütze ist es viel zu kalt. Ich hasse den Winter. Und deine Deckel schief. Oh, da bist du. Deine Deckel ist schon wieder verrutscht. Verdammt. Eine Deckel rutscht schon wieder. Ja. Sehr schön. Ich bin aber so glücklich. Mein Gesicht ist so feil. Das ist gut. Ja, echt. Das ist so früh. Das ist so hart. Aber hier ist es so früh so weh, wenn man absteigt. Das wäre doch super. Morgen soll es regnen. Toll. Immer dann. So, jetzt noch das Gebissersratsratschen. Ach, Scheiße. Muss ich die Handschuhe aussehen? Oh, das ist doch so kalt. Ja, muss ich nicht verlaufen, dass wir Hände kriegen. Oh nein, ich muss es anfassen. Oh, so kalt. Zum Glück dauert das nicht so lange. .